Ja Leute und es geht weiter mit Metroid Fusion. Im letzten Teil haben wir Zeris besiegt. Yeah, uh! Und jetzt sind wir im Feuersektor und müssen da so ein bisschen jetzt hier eine Schleuse öffnen. Aber das Gute hier dran ist, hier sind noch keine Gegner. Das heißt es ist angenehm zu spielen. Moment, was ist hier? Wow, heiß! Wow, ne, 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 ne! Aber leg nicht ran. Wird das hier? Ähm... Komm, hier ist irgendwas. Mal verstehe. Okay. Dafür brauchen wir den Speedbooster. So. So, wir rennen hier einfach mal durch. Okay. Oh, das geht noch nicht. Oh, ähm, mal gucken. Äh, ja. Ach, jo. Gut. So ist es natürlich auch. Ich glaub hier sind irgendwo... Mal gucken. Ah, ja. Aber wir müssen hier... Um ehrlich zu sein, doch hier irgendwo lang. Ach, Mensch. Wie gewandet hier. Ach so, wir können ja schnell rennen. Hoppala, hab ich hier gar zu wissen. Na ja, gut. Gut. Ey, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ey, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Na ja, gut, dann müssen wir wohl auch die Tür hier öffnen. So. Jetzt aber. Komm. Und Super Megaspeed. Auf so loom. Auf so fantastic Arctic. Okay, jetzt fang Reuel nachmachen. Tut mir leid. Falls jemand das so sieht. Äh, die Tür wurde vom SA-X kaputt gemacht, wie man sieht. Ich schier mal hier rein. Was gibt es denn hier? Ähm. Ahaha. Nein, nein! Ach, das ist gemein. Unlauuf! Okay. Aber ich weiß, wie das geht. Denk ich mal. Wieso mach ich das denn Wall Jump? Okay, ich find die da eigentlich cool, um ehrlich zu sein, aber... Naja. So. Hier. Das hätten wir. Nein, nein! Gut. Okay. Was ist hier los? Ähm. Ja. Ja. Okay, 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 okay. Wir... Okay, hier ist alles grüne Tür. Das heißt... Das bringt uns herzlich... wenig. Bis gar nichts. Nein! Zum Glück kriegen wir hier kein Fall-Damage. der mich im Tod nein schon wieder ein Walljump hier muss es doch irgendwie was geben okay ich kenne den Sektor nicht mehr ganz so gut also aber hier ist bestimmt irgendwo ach so ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß weiß ich wieder wie es geht und zwar wissen wir ja da wo wir ich weiß auch nicht warum ich hier gesagt habe ja wir brauchen wie du so haben wir ja noch nicht heute überhaupt nicht ich meine wir brauchen den ja jetzt indem wir hier da gehen nein ich bin so blöd es ist ja auch schon verdächtig dass man alles hier weg machen kann super speed super speed okay Moment Moment ah ja alles klar okay perfekt und rein hier als Terminal mal so und jetzt sind hier Gegner also werden jetzt kommt Gegner weil hier die Ebene 2 Schleusen da geöffnet haben und das heißt ja das heißt das äh wieso 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 hallo das passt ja ich verliere hier wegen so einem Arschloch so viel Leben ja klar und super speed die 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 ja jetzt müssen wir doch bis jetzt hier die 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 ich gerade gehalten oder du Arsch da oben hä wieso so jetzt aber ja komm oh ist doch scheiße Mensch Komm, komm, Gegner, und schon sterbe ich. So. Komm. Na. Na, Mensch. Ich hab in Gegner killen echt kein Skill. Oh Gott, bin ich schlecht. Mann, Gott, ey, ich werd hier so verrecken, deswegen. Komm schon, einfach nach unten, danke. 31 Leben, oh Gott. Haha, ich bin so dämlich, ey, ehrlich, ich könnte mich auch hängen. So, ja, komm, jetzt aber. Jetzt geht es aber, wenn es ist, schneller. Den Jansen, wie ich noch mal zurückkehre, wo es hat, noch mal, ach ja, hier, was er so heißt, wow, ja, genau deswegen bin ich auch gestorben, weil sie so heiß war. Die vier Leben, die hätte ich noch gebraucht, klar. Und... Und... Now... Missed. Um... Okay... Perfect. Gut. Sicher heißt Terminal. Geben mit zwei Sperren. Sperre entträgt, Grundschleusen sind active. Ja, und... Das heißt, dass wir jetzt durch Grundschleusen hingehen können. Ja, ich wär mal... Vielleicht wär das ratsam, nicht ganz so dämlich hier die Leben zu verlieren, denn dann würde ich vielleicht ein bisschen länger überleben. Auch wenn's nur ein bisschen ist. Das reicht ja schon. So. Komm. Scheint. So. Okay. Alles klar, jetzt werden wir schon mal weiter als vorher. So. Super, bitte speichern. Ja, ich glaub hier war... Ne, aber Geheimnis. Bitte. Oh Gott, bitte lass hier einen... Energy Container sein. Äh, Energietank. Tank. Tank. Nicht Tank. Quatsch. Tank. Okay, komm. Oh, yes. Hier geht sogar noch weiter. Hier geht sogar noch weiter. Gut. Okay, komm. Okay, komm. Mal sehen. Mist. Nee. Ah, komm. Das ist... Nein. Naja, gut. Aber, äh, ich will hier erstmal in dem Raum das Geheimnis finden. Das ist bestimmt an so ner Ecke hier. Ja, klar, in ner Ecke. Wow, ich bin so gut. Ja. Okay, Geheimnis gefunden. Gehen wir mal hier weiter. Mhm. Ja, na ja. Nö, doch nicht. Okay, das halt mal. Dann gehen wir mal hier weiter. Äh, wieso? Hier ist doch auch so heiß. Scheiße. Wo war denn hier noch sonst ner Schleuse? Ah, Mist. Komm. Okay. Okay. Nein, du... Du bist so dämlich, Samus, Alter. Weißt du das eigentlich? Oh Gott, ey. Hey, halt dich doch mal an der Leiter fest! Du hässliche Mist! Ey. Halt dich fest hier! Gott, ey! Könnt' ich dir kotzen. Wie kann man denn so schlecht klettern, ey? So. Ja, stimmt. Hier war das. Kommen wir ja hier auch weiter. Erstmal wieder Missiles. Okay. Und... Ja, hier sind Gegner. Okay. Ja. Ja, jetzt ist natürlich dieses Stinksterumgang. Wieso kann ich die blöden Dinger dann eigentlich auch nur mit... mit Stinkster besiegen? Raketen. Die sind ziemlich gemein. Oh Gott. Nein. Stimmt. Jetzt kam's ja. Datenraum. Und der war, glaube ich, zerstört. Ach nee. Oh. Das ist gut. Super Missiles. Einsatzbereit. Halte R und drücke. B. Okay. Ja, dankeschön. Oh nee, ey. Ganz ehrlich. So ne Scheiße. Ja, dann komm mal runter hier. Los. Hä? Werte. Geht doch ja nicht. Oh, das ist grad dunkler? Gott. Gott. Äh. Ja, hallo. Was ist denn hier los? Äh. Naja, gut. Dann geh ich mal... hier lang. Aber... ich würd sagen... Leute... Moment. Äh. Äh, ja. Ich würd sagen, wir machen erstmal Schluss und Schnitt. Und ich freu mich auf den nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Mäli. Äh. I- w hänt. Ciit.